Misstrauisch beäugte ich ihn. Irgendetwas an seinen Worten war mir ungewöhnlich bekannt vorgekommen, doch fiel mir nicht ein, wo ich sie zuvor gehört haben könnte oder welche Bedeutung sie für mich gehabt hatten. Und doch spürte ich, dass sie möglicherweise von lebenswichtiger Bedeutung waren, würde ich es nur fertig bringen, mich an den Kontext zu erinnern. Er spar mir das sozialwissenschaftliche Geschwätz, sagte er ihr Wahl. Das ist mir so klar wie dir. Überrollt von einer Welle totaler Frustration griff ich seine Hand und biss hinein. Tut mir wirklich leid, murmelte ich sofort, bevor er sich vor Überraschung erholen konnte. Ich weiß selbst nicht, warum ich es getan habe. Seit meiner Kindheit habe ich niemanden mehr gebissen. In Erwartung eines Vergeltungsschlages rückte ich an den äußersten Rand der Bank. Doch nichts geschah. Du bist unglaublich primitiv. War alles, was er sagte, während er sich abweisend die Hand rieb. Ich ließ einen tiefen Seufzer der Erleichterung vernehmen. Seine Macht über mich war gebrochen und nun erinnerte ich mich, dass ich noch eine alte Rechnung mit ihm zu begleichen hatte. Er hatte mich vor meinen Freunden und Kommilitonen zum Narren gemacht. Kehren wir noch einmal zu unserem Originalproblem zurück, sagte ich, bemüht, meinen Ärger auffallen zu lassen. Was sollte der ganze Unsinn über den Sohn von Evans, Richard? Du musst doch gewusst haben, dass ich mich damit zum Gespött der Leute mache. In der sicheren Annahme, dass eine derartige Konfrontation unmittelbar nach meinem Biss ihn endlich veranlassen würde, seine Selbstbeherrschung oder zumindest die Fassung zu verlieren, nahm ich ihn gründlich unter die Lupe. Ich erwartete, dass er beginnen würde zu schreien und sein Selbstvertrauen und seine unverschämte Art endlich einen Knacks bekämen. Doch er blieb vollkommen unbeeindruckt, atmete tief durch und sein Gesicht bekam einen ernsthaften Ausdruck. Ich bin mir im Klaren darüber, dass man denken könnte, ich erzähle Leuten Geschichten zu ihrer bloßen Unterhaltung, begann er in heiterem Ton. Doch es steckt mehr dahinter. Er kicherte leise und ich erinnerte mich daran, dass er bei unserer ersten Begegnung nicht hatte wissen können, dass ich Studentin der Ethnologie war und mich daher mit falschen Äußerungen zum Narren machen würde. Er hielt einen Augenblick inne, als suche er nach geeigneten Worten. Dann zuckte er hilflos mit den Achseln und fügte hinzu, ich kann dir wirklich nicht erklären, weshalb ich dir meinen Freund als den Sohn von Evans Richard vorgestellt habe, ohne dir mehr von mir und meinen Zielen zu offenbaren. Und das ist einfach nicht möglich. Er blickte mich nachdenklich an und ich sah, dass es ihm ernst war. Und damit meine ich keine geistige Anteilnahme. Ich meine, dass du dich dadurch mit mir persönlich einlassen würdest. In meinen Augen war das eine derart offene Zuschaustellung seiner Frechheit, dass ich mein Selbstvertrauen auf der Stelle zurückgewann. Ich verfiel bestens bewährt in sarkastisches Gelächter und sagte schneidend, du bist durch und durch ekelhaft. Glaub mir, du bist genau der Typ von eingebildetem Latino-Macho, gegen den ich mein Leben lang gekämpft habe. Als ich die Überraschung auf seinem Gesicht sah, fügte ich hochnäsig hinzu, wie kannst du es wagen zu glauben, ich könnte mich mit jemandem wie dir einlassen. Wieder mein Erwarten lief er nicht rot im Gesicht an, sondern klatschte sich mit der Hand aufs Knie und lachte schallend, als habe er noch nie so etwas Komisches gehört. Zu meiner Bestürzung begann er mich auch noch wie ein kleines Kind an den Rippen zu kitzeln. Weil ich nicht lachen wollte, kreischte ich entrüstet auf, was fällt dir ein, mich einfach anzufassen? In der Absicht, mich auf der Stelle zu entfernen, erhob ich mich am ganzen Körper bebend und schockierte mich gleich darauf selbst, indem ich mich unvermittelt widersetzte. Als ich merkte, dass er vorhatte, mich erneut zu kitzeln, ballte ich meine Hände zu Fäusten und hielt sie vor mein Gesicht. Ich schlage dir die Nase ein, wenn du mich doch einmal anfasst, warnte ich ihn. Von meiner Drohung, gänzlich unbeeindruckt, legte er den Kopf gegen die Lehne der Bank und schloss die Augen. Er lachte fröhlich, ein tiefes, glucksendes Lachen, das mich am ganzen Körper erschaudern ließ. Du bist der typische Fall eines deutschen Mädchens, das unter Farbigen aufgewachsen ist, sagte er und setzte sich seitlich auf die Bank, sodass er mich ansehen konnte. Woher weißt du, dass ich Deutsche bin? Das habe ich dir nie erzählt, sagte ich mit versiegender Stimme, die eigentlich bedrohlich hätte klingen sollen. Von unserer ersten Begegnung an wusste ich, dass du Deutsche bist, sagte er. In dem Augenblick, als du mir vorlugst, du seist Schwedin, hast du es noch einmal bestätigt, Nur Deutsche, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Neuen Welt geboren würden, lügen so. Zumindest, solange sie in den Vereinigten Staaten leben. Obwohl ich es nicht zugeben wollte, hatte er recht. Mir war oft Feindseligkeit entgegengeschlagen, wenn Leute erfahren hatten, dass meine Eltern Deutsche waren. In ihren Augen machte uns diese Tatsache automatisch zu Nazis. Es war gleichgültig, ob ich ihnen darlegte, dass es sich bei meinen Eltern um Idealisten gehandelt hatte. Und natürlich musste ich mir selbst eingestehen, dass meine Eltern, wie alle guten Deutschen dachten, sie seien von Geburt her etwas Besseres als andere. Im Grunde jedoch waren sie gute Seelen, die ihr ganzes Leben kein Interesse an Politik gehabt hatten. Ich habe dir lediglich zugestimmt, wies ich ihn in beißendem Tonfall zurecht. Du hast blonde Haare, blaue Augen und hohe Wangenknochen gesehen und alles, was dir dazu einfiel, war eine Schwedin. Sonderlich einfallsreich bist du nicht gerade, das kann man festhalten, stimmt's? Ich ging gerade daran, meinen eben gewonnenen Vorteil auszubauen. Du selbst hattest keinerlei Grund zu lügen, es sei denn, du wärst von Natur aus ein Lügner. Gegen meinen Willen wurde meine Stimme lauter und ich stieß ihm mit dem Zeigefinger gegen die Brust. Joe Cortez, ha, fügte ich höhnisch hinzu. Ist dein wirklicher Name Christina Gebauer? Schoss er zurück und imitierte meine laut und hässlich dröhnende Stimme. Carmen Gebauer, schrie ich wütend darüber, dass er sich an den Namen nicht korrekt erinnert hatte. Plötzlich beschämt über meinen Ausbruch ging ich zu einer chaotischen Selbstverteidigung über. Als ich nach wenigen Augenblicken merkte, dass ich überhaupt nicht wusste, wovon ich eigentlich sprach, hielt ich mitten im Satz inne und gestand ihm, dass ich in der Tat Deutsche sei und dass es sich bei Carmen Gebauer um den Namen einer Freundin aus meiner Kindheit handelte. Das gefällt mir, sagte er mit sanfter Stimme, kaum in der Lage, ein Lächeln zu unterdrücken. Ob er sich auf mein Lügen oder mein Geständnis bezog, konnte ich nicht sagen. Sein Blick strahlte für Freundlichkeit und mit wehmütiger und zarter Stimme begann er mir, die Geschichte seiner Kindheitsfreundin Fabiola Kunze zu erzählen. Verwirrt wandte ich mich von ihm ab und starrte auf den nahen Ahornbaum und die dahinterstehenden Pinien. Um mein Interesse in seiner Geschichte zu verbergen, begann ich mit meinen Fingernägeln zu spielen. Ich schob die Nagelhäute zurück und ging sorgfältig und methodisch daran, mir den Lack von den Nägeln abzuziehen. Die Geschichte der Fabiola Kunze ähnelte so sehr meiner eigenen, dass mein vorgetäuschtes Desinteresse nach wenigen Augenblicken verschwand und ich ihm aufmerksam zuhörte. Ich hatte den Verdacht, die Geschichte sei frei erfunden, Doch musste ich anerkennend feststellen, dass er Kenntnis über einige Details besaß, die nur eine Tochter deutscher Eltern in der neuen Welt wissen konnte. Angeblich hatte Fabiola geradezu Todesangst sowohl vor dunkelhäutigen Latino-Jungen als auch vor Deutschen gehabt. Die Latinos ängstigten sie durch ihre Unverantwortlichkeit, die Deutschen durch ihre Vorhersehbarkeit. Als er beschrieb, wie Sonntagnachmittags bei Fabiola zwei Dutzend Deutsche um eine wunderschön gedeckte Tafel saßen, nur bestes Porzellan, Silber und Kristall und das Mädchen nacheinander zwei Dutzend Monologe über sich ergehen lassen musste, die man dort als Konversation bezeichnete, hätte ich beinahe laut aufgelacht. Je mehr Einzelheiten er über diese Sonntagnachmittage zutage förderte, desto unwohler wurde mir. Da war Fabiolas Vater, der sich politische Debatten unter dem Dach seines Hauses verbat, jedoch zwanghaft darauf hinarbeitete, eben solche anzuzetteln und auf zahllosen Umwegen versuchte, anzügliche Witze über katholische Priester anzubringen. Oder die lähmende Angst der Mutter, dass ihr kostbares Porzellan in den Händen täppischer Lümmel zerbrechen könnte. Seine Worte waren Stichworte, auf die ich unbewusst reagierte. Szenen der Sonntagnachmittage meiner eigenen Jugend erschienen wie Bilder auf einer Leinwand von meinem geistigen Auge. Ich war einem hysterischen Anfall nahe, ich wollte um mich treten und schreien, wie ich nie zuvor geschrien hatte. Ich wollte diesen Mann hassen, doch es gelang mir nicht. Ich verlangte Entschuldigungen und Rechtfertigungen, aber ich erhielt weder das eine noch das andere von ihm. Ich wollte ihn beherrschen. Ich wollte, dass er sich in mich verliebte, nur damit ich ihn zurückweisen konnte. Durch meine infantilen Gefühle beschämt versuchte ich schließlich mit aller Macht, mich zusammenzuweisen. Ich gab vor, gelangweilt zu sein und lehnte mich in seine Richtung. Weshalb hast du mir einen falschen Namen genannt? Er war nicht falsch, verkündete er. Das ist mein Name. Ich habe mehrere Namen. Zauberer haben für verschiedene Anleise unterschiedliche Namen. Wie praktisch, rief ich sarkastisch. Ausgesprochen praktisch, wiederholte er und zwinkerte mir kurz zu, was mich wieder auf die Palme trieb. Dann tat er etwas vollkommen Unerwartetes und Befremdliches. Er legte seinen Arm um mich. In seiner Umarmung lag nichts Sexuelles oder Anzügliches. Sie war spontan und herzlich, wie die aufrichtige Geste eines Kindes, das einen Freund zu trösten sucht. Seine Berührung beruhigte mich augenblicklich und ich brach in unkontrolliertes Schluchzen aus. Ich bin solch ein Idiot, gestand ich unter Tränen. Ich wollte dich verprügeln und nun schau mich an, ich lieg dir in den Armen. Ich wollte noch hinzufügen, dass mir das gefiel, als mich ein Energieschwall durchströmte. Als sei ich soeben aus einem Traum erwacht, stieß ich ihn von mir. Lass mich los, zischte ich und stampfte von dannen. Ich hörte, wie er vor Lachen fast erstickte, doch störte mich das nicht im Geringsten. Mein Anfall war sofort verflogen. Ich blieb wie angewurzelt stehen, am ganzen Körper zitternd, unfähig, mich zu entfernen. Als sei ich an einem gigantischen Gummiband befestigt, kehrte ich zurück zur Bank. Mach dir nichts draus, sagte er freundlich. Er schien genau zu wissen, was mich zu der Bank zurückgezogen hatte. Er klopfte mir den Rücken, wie man es bei einem kleinen Kind nach dem Essen tut. Es liegt nicht an dir oder mir, fuhr er fort. Es ist etwas außerhalb von uns, das auf uns einwirkt. Auf mich wirkt dieses Etwas nun seit geraumer Zeit ein. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich verstehe allerdings nicht, warum es auf dich einwirkt. Deshalb frag mich nicht. Ich kann es dir nicht erklären, sagte er, als erwartete er eine Frage. Ich wollte ihn trotzdem fragen, doch mein Verstand hatte ausgesetzt. Mir war, als würde ich schlafen und lediglich träumen, dass ich sprach. Kurze Zeit später war meine Taubheit wieder verschwunden. Ich fühlte mich animierter, wenn auch noch nicht in meiner alten Form. Was geschieht mit mir? fragte ich. Etwas von außerhalb fokussiert sich auf dich und stößt dich voran, sagte er. Es benutzt mich als Werkzeug. Irgendetwas will deine mittelständischen Ansichten ändern. Komm mir nicht mit diesem Mittelstandsschwachsinn, sagte ich kläglich. Es klang jedoch mehr so, als bat ich ihn um Gnade. In der Annahme, meine gewohnte Schärfe sei mir dauerhaft abhandengekommen, lächelte ich hilflos. Dabei handelt es sich übrigens nicht um meine Meinung oder meine Ideen, sagte er. Bei mir handelt es sich genau wie bei dir um ein unverfälschtes Produkt der Ideologie des Mittelstandes. Stell dir mein Grauen vor, als ich einer anderen, überzeugenderen Ideologie gegenübertreten musste. Es hat mich förmlich zerrissen. Von welcher Ideologie sprichst du? fragte ich zaghaft. Meine Stimme war jetzt so leise, dass man sie kaum noch hören konnte. Ein einzelner Mann brachte sie mir nahe, erklärte er. Oder besser gesagt, der Geist sprach und handelte durch ihn. Der Mann ist ein Zauberer. Ich habe über ihn geschrieben. Sein Name ist Juan Matus. Er konfrontierte mich mit meiner Mittelstandsmentalität. Einmal stellte Juan Matus mir die grandiose Frage, was ist deiner Ansicht nach eine Universität? Natürlich antwortete ich ihm wie ein Sozialwissenschaftler, ein Zentrum höherer Bildung. Er korrigierte mich und erklärte, dass Universitäten mittelständische Anstalten genannt werden müssten, weil dort unsere mittelständischen Wertvorstellungen perfektioniert werden. Wir besuchen die Anstalten, um Professionisten zu werden, sagte er. Die Ideologie unserer sozialen Herkunft schreibe uns vor, dass wir uns auf die Einnahme von Managerpositionen vorzubereiten haben. Juan Matus behauptete, dass Männer sich an den Mittelstandsanstalten einschrieben, um zu Ingenieuren, Anwälten, Doktoren etc. zu werden. Und Frauen, um einen passenden Ehemann, Ernährer und Vater für ihre Kinder zu finden. Passend heißt in diesem Fall, den Werten der Mittelklasse entsprechend. Eigentlich wollte ich ihm widersprechen, ihn anschreien, dass ich Menschen kannte, die nicht unbedingt an Karrieren oder an der Suche nach Ehepartnern interessiert waren, sondern die sich für die Ideen interessierten und um einer Sache selbst willen zu lernen bereit waren. Allerdings kannte ich keinen derartigen Menschen. Ein grässlicher Druck legte sich auf meine Brust und ich bekam einen trockenen Hustenanfall. Doch lag es nicht am Husten oder meinem körperlichen Unbehagen, dass ich mich auf meinem Platz wand und nicht in der Lage war, ihm etwas entgegenzusetzen. Es lag an der Gewissheit, mit der er über mich sprach. Ich besuchte tatsächlich die Universität, weil ich hoffte, dort einen passenden Mann zu finden. Erneut zum Abmarsch bereit erhob ich mich wieder. Ich hatte meine Hand bereits zum Abschied ausgestreckt, als etwas kräftig an meinem Rücken zu ziehen schien. So stark war die Bewegung, dass ich mich setzen musste, um nicht zu stürzen. Ich wusste, dass nicht er es war, der mich berührt hatte, denn ich hatte ihn die ganze Zeit unverwandt angesehen. Gedanken an Menschen, an die ich mich kaum noch erinnerte, an Träume, die ich noch nicht ganz vergessen hatte, schossen mir mit einem Mal in großer Zahl durch den Kopf und arrangierten sich zu einem komplizierten Muster, dem ich mich nicht entziehen konnte. Unbekannte Gesichter, Halbsätze, dunkle Ansichten von Ortschaften und verschwommenen Bilder fremder Menschen ließen mich für einen Moment in eine Art Schwäbezustand gleiten. Ich stand kurz davor, eine entscheidende Erinnerung zu haben, doch verflüchtigte sich das Wissen und ein Gefühl der Ruhe und Ausgeglichenheit überkam ich. Eine innere Ruhe, die so tief in mir wurzelte, dass ich keinen Wunsch mehr danach verspürte, mich dem Mann gegenüber durchzusetzen. Als hätte ich keine Sorge auf der Welt, und in diesem Moment hatte ich das auch nicht, streckte ich meine Beine von mir und begann zu erzählen. Ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals so offen über mich selbst gesprochen zu haben, und ich hatte keine Ahnung, weshalb ich ihm gegenüber plötzlich alle Schutzmaßnahmen fallen ließ. Ich berichtete ihm von Venezuela, meinen Eltern, meiner Kindheit, meiner inneren Unruhe, meinem bedeutungslosen Leben. Ich erzählte ihm Dinge, die ich nicht einmal mir selbst eingestanden hätte. Seit letztem Jahr studiere ich Ethnologie. Ich weiß überhaupt nicht, warum, sagte ich. Allmählich wurde mir angesichts meiner Enthüllungen doch etwas unbehaglich. Rastlos rutschte ich auf der Bank hin und her und sagte beinahe gegen meinen Willen, eigentlich interessieren mich spanische und deutsche Literatur weitaus mehr. An der ethnologischen Fakultät angeschrieben zu sein, straft alles, was ich bisher über mich wusste, Lügen. Gerade dieses Detail fasziniert mich, sagte er. Ich kann es dir jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber mir scheint, als sei ich hierher eingeladen worden, um dich zu finden oder umgekehrt. Was soll das bedeuten, fragte ich und errötete, da mir bewusst wurde, dass ich das Gesagte ausschließlich unter dem Aspekt der Weiblichkeit aufnahm und interpretierte. Meine geistige Verfassung schien ihm absolut vertraut. Er griff nach meiner Hand und presste sie gegen seine Brust. Me gustas, Nibelunga, rief er leidenschaftlich aus und zur Sicherheit übersetzte er die Worte. Ich empfinde grenzenlose Leidenschaft für dich, Nibelunga. Er warf mir den schmachtenden Blick eines Latinlovers zu und brachte einen raues Gelächter aus. Du bist der festen Überzeugung, dass ich dies früher oder später sagen werde, also kann ich es genauso gut gleich erledigen. Anstatt mich über sein Gefoppe zu ärgern, lachte ich. Sein Humor gefiel mir. Die einzigen Nibelungen, die ich kannte, stammten aus den Sagenbüchern meines Vaters, Siegfried und die Nibelungen. Soweit ich mich erinnerte, handelte es sich bei ihnen um unter der Erde lebende, zwergenhafte Zauberwesen. Willst du mich als Zwerg bezeichnen? fragte ich im Scherz. Gott bewahre, protestierte er, du bist ein mythisches deutsches Geschöpf. Als hätten wir nichts anderes zu tun, waren wir kurz darauf auf dem Weg in die Santa Susanna Mountains, zu jenem Platz, an dem wir uns das erste Mal begegnet waren. Keiner von uns sagte ein Wort, als wir uns der Klippe über dem Indianerfriedhof näherten. Wie alte Freunde setzten wir uns dort schweigend nieder und merkten nicht, wie der Nachmittag zur Nacht wurde. Wie alte Freunde setzten wir uns dort schweigend nieder,